Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 25.700 US-Dollar. Meine Login-Position ist zu, war aber auch gestern einfach 50-50 Chance. Das tut sich einfach derzeit viel, viel zu wenig. Wir haben kein Volumen im Markt, wir haben keine richtigen Impulse, wir haben keine News. USA hatte gestern zu. Heute könnte die ganze Sache dann doch nochmal ein bisschen interessanter werden, weil wie gesagt, heute wieder ein bisschen USA dann mitspielt. Gestern war Feiertag. Schauen wir einfach mal, was das möglicherweise heute dann zu bedeuten hätte. Heute schauen wir uns ganz genau an und bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich für immer for free. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, kann ich euch meinen Partner BingX empfehlen. Dort müsst ihr einfach nur 100 USDT einzahlen, ihr müsst nichts damit machen und kriegt schon mal 50 USDT als Trading-Bonus. Natürlich gibt es auch ein bisschen mehr Bonus, aber dafür müsst ihr dann mit richtigem Geld traden. Aber um die Börse auszuchecken, checkt die FreeTrades ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr unterstützt mich damit und natürlich auch euch damit, weil ihr im Endeffekt die 50 Euro verzocken könnt, wie ihr Bock habt. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein ins Video. Wie gesagt, Bitcoin bei 25.700 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht nochmal so einen leichten, in Anführungszeichen, leichten Abverkauf unter die Marke von 25.600 US-Dollar. Wir haben hierbei die kleine 1-Stunden-Demand-Zone hier vollends ausgereizt, beziehungsweise sogar nochmal leicht unterschritten. Das heißt, die Liquidität darunter ist zu. Wir haben aber auch gestern im Video darüber gesprochen, dass es entscheidend sein könnte, dass wir hier unter diese Marke von 25.750 US-Dollar fallen. Und genau das ist eben jetzt passiert. Mehrmals jetzt mit einem 1-Stunden-Close. Wir gehen noch ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe. Auch hier hatten wir jetzt den ersten Close darunter. Das sieht nicht wirklich bullisch aus, weil das war jetzt unser letzter Support, was wir die letzten Tage über gebildet haben, übers Wochenende. Ihr könnt euch vielleicht an das Video von gestern erinnern, wo wir eben genau über diesen Punkt darüber gesprochen haben. Sollten wir hier runterkommen, sieht das Ganze sehr, sehr shortlastig aus und auch die Möglichkeit bestünde, dass wir hier wahrscheinlich nochmal Richtung 25.300 oder sogar eben dieser Abverkauf in Richtung 23.800 US-Dollar folgt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wir wissen nicht, wie die USA eröffnen. Vorzeitig, die Kurse sind, ja, geht so, keine wirkliche sonderliche Veränderung. Wir schauen uns in die XY an, der momentan sehr, sehr stark eigentlich läuft. Also ihr könnt euch daran erinnern, vor zwei Wochen haben wir vielleicht mal darüber gesprochen, dass es hier diese Korrektur geben könnte. Die kam nicht mehr, die XY sehr, sehr stark. Könnte natürlich dafür sprechen, dass die Märkte dann im Laufe des Tages nochmal ein bisschen einbrechen. Auch Gold momentan weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Auch hier gehe ich nochmal von kleinen Pushback auf. Aber ansonsten tut sich da sehr, sehr wenig. Also müssen wir hier wirklich abwarten, wie die Märkte eröffnen. Sollte die XY nochmal ein bisschen stärker sehen, gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass natürlich auch die US-Indizes dann erstmal ein bisschen unter Druck geraten werden zur Eröffnung heute Nachmittag. Und dann auch ein bisschen Druck reinkommt und möglicherweise hier wirklich unser Down- oder Dump-Move in Richtung 24.000 US-Dollar kommt. News-Technisch auch mal vielleicht ganz interessant heute zu sehen, was steht heute an. Es steht eigentlich überhaupt nichts an. Also auch aus den USA überhaupt keine News, gar nichts. Auch nach dem Feiertag gestern überhaupt nichts, was jetzt hier interessant werden könnte. Das Einzige, was, ja eigentlich gar nichts, Auftragseingang, Verteidigung und sowas interessiert uns eigentlich in feuchten Furz. Und ansonsten gibt es derzeit nichts. Also auch hier die News-Lage derzeit sehr, sehr dünn. Das heißt, wir müssen uns hier auch weiterhin auf eine Seithärtsphase erst einmal einstellen. Trade-mäßig, wie gesagt, ich habe gestern eine Long-Position eröffnet. Bei 25.9 schießen mich tot. Und die ist dann in Stop-Loss geraten bei 25.7. Ist so, habe ich gestern auch dazu gesagt. Aber ein Versuch war es wert. Im Endeffekt, dass wir hier nach oben hin ausbrechen, ist nicht passiert. Deswegen minimales Risk. Aber gut, so ehrlich muss ich dann auch sein. Nächste Chance persönlich, wo ich jetzt dann erst einmal sehe, wir ziehen uns mal ganz kurz das Fit-Level von unserem Tief zu unserem Hoch. Sind wir schon im Golden Pocket gewesen. Richtig bullische Reaktion daraus hat auch nicht gefolgt. Das heißt, für mich die nächste Chance jetzt erst einmal oder für uns möglicherweise sind erstmal diese zwei Tiefpunkte hier in diesem Bereich bei 25.300 US-Dollar. Dort liegt die meiste Liquidität. In Anführungszeichen meiste, weil wenn wir uns jetzt hier auf einen 1-Stunden-Chart bewegen, seht ihr hier unten selber. Das war die letzte Liquiditätskendel, auch hier drüben dieser Wig. Gar kein Volumen wirklich. Und danach wird es halt dann wirklich dünn. Und dann sind wir halt wirklich bei dem 24.800. Also die letzte Möglichkeit, um vielleicht nochmal einen kurzen Long-Trade einzugehen mit relativ tightem Stop-Loss. Weil das Problem ist, ihr könnt jetzt auch nicht sagen, okay, wir versuchen jetzt hier oben eine Long und machen dann Stop-Loss hier unten bei 5%. Macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, hier irgendwie in der Ineffizienz einen riesen Gap offen zu lassen und da halt seinen Stop-Loss reinzusetzen. Nee, wenn, dann müssen wir hier wirklich sehr, sehr tight arbeiten. Das heißt, mit maximal, ich sage jetzt mal 0,7, vielleicht maximalen Prozent, so bei 25.000. Mehr sehe ich hier derzeit nicht, was die Trades anbelangt. Deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen nach unten orientieren. Und dann hier unten nochmal die Chance wahrnehmen, vielleicht für eine Gegenkorrektur bis ungefähr 26.800. Also es bleibt für mich erstmal so das Bullischste Ziel, 26.800, maximal 27.000 und danach aber deutlich nach unten. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Im Endeffekt das gleiche Spiel. Ich gehe hier aber auch weiterhin eher von dieser Struktur aus, je nachdem. Was man hier sagen muss, ich bin weiterhin nicht überzeugt. Ich habe es gestern schon im Video gesagt, dass ich Ethereum momentan einfach nicht geil zu traden finde, von der ganzen Chartstruktur her. Auch hier wäre es ehrlich gesagt besser, wenn wir uns einfach diesen Wickets nochmal holen. Hier liegt die meiste Liquidität. Das ist ja momentan, muss man ja echt vorsichtig sein, was man sagt. Weil teilweise einfach hier gar keine Liquidität mehr vor unten ist. Wir haben überhaupt keine News, wie gesagt. Sommerloch, natürlich September, meistens ein negativer Monat. Wir haben jetzt den Anfang September. Vielleicht kommt jetzt so Mitte September endlich mal wieder ein bisschen mehr Bewegung rein. Natürlich auch fett Zinsentscheidung und sowas kommt ja jetzt alles dann langsam wieder rein. Aber momentan ist es echt schwer, hier irgendwie generell ein bisschen Trades zu setzen. Deswegen versuche ich mich mehr auf den Aktienmarkt zu spezialisieren. Aber auch da war natürlich gestern Feiertag. Also warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Ethereum fühlt mich weiterhin uninteressant. Wenn dann kommt diese Bewegung, dann können wir hier oben einen Short machen. Aber ansonsten auch hier einen Short zu setzen, äh einen Long zu setzen. Wir hatten es bei Bitcoin als Beispiel, da ging es relativ eng. Hier müsste man im Endeffekt diesen Week hier unten auch noch abdecken. Und dann können wir uns das Prozentual mal ganz kurz angucken, wie das hier aussieht. Dann wären wir hier schon bei 1,3%. Werden wir bei Bitcoin nur 0,6, 0,7% abdecken müssen. Und nach unten hin macht es natürlich auch keinen Sinn. Weil auch hier haben wir im Endeffekt diesen Extremweek noch zu füllen. Und ja, macht keinen Sinn der Zeit. Ja, mehr gibt es auch von meiner Seite nicht zu sagen. Also kurzes, knackeliges Update. Zumindest mal das Wichtigste. Ich warte jetzt ehrlich gesagt entweder, dass wir Richtung 25,3 gehen rum. Oder wir schaffen es wirklich mal über diese Marke, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Die 26,1 bei Bitcoin sollten wir drüber schaffen. Vielleicht sogar ein Close drüber mit einer Bestätigung. Können wir vielleicht nochmal nachspringen in den BTC-Trade. Aber ansonsten gehe ich ganz stark davon aus, Seitwärtsphase, Seitwärtsphase, Seitwärtsphase. Oder dann Richtung 25,3 oder 23,8. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ansonsten gerne mir immer ein Like da lassen, Abo da lassen. Würde ich mich sogar mehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns in der Telegram-Gruppe wieder. Kommt ja gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.